Das war eine gute Stärke. Gute Stärke und dann noch so viel. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Nächstes Rennwiederrunde. Ja, jetzt sehen wir es. Juhu. 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 Aber ich glaube wir haben da noch ein paar Strecken. Haben wir sicher auch noch. Nachts. Was wir dann noch erledigen müssen. Da gibt es sicher noch ein paar zusätzlich. Oder vielleicht muss ich nachts herumfahren. Vielleicht gibt er mir dann Bescheid. Das ist auch möglich. Das Gute ist, in der Nähe gibt es noch einen Verkäufer. Bei der Mission. Die ist es gut. Juhu. 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 und wir kommen prima ohne euch zurecht. Ihr Versager wäre nie auch nur in die Nähe der League gekommen, wenn ich euch nicht mitgeschleppt hätte. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Ich wollte einen coolen Mic Drop machen und hab mein Handy geschrottet. Aber das war's wert. Hauptsache du bist glücklich mit deinen Entscheidungen. Heute? Jetzt gerade? Absolut. Freut mich. Dann koste deinen Triumph mal schön weiter aus. Mach ich. Bis später dann. Alter, mach dir mal das Handy hier. Tepperte. Oh mein Gott. Extra wieder ins Geschäft. Extra. Okay, bei dem Gehalt. Also, bei dem Rennen, weil da können sie sich 100.000 iPhones leisten oder Samsons oder was auch immer, aber... Alter! Du musst nicht unbedingt einig... Okay, vielleicht hat sie die Cloud gekauft. Ja, dann ist eh wurscht. Dann ist eh alles gespeichert. Ah, wir alle Vollgas-Game. Du, 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 du. Alle gehen vollgas. Nice. Ich geh nice. Oh, Alter, der eine hört sich wohl auch an. Der eine hört sich wirklich interessanter. Die komische. Ausrüstung. Brudi, ich komme nicht. Bruder. Fast. Fast. Fast hätte ich die gehabt. Sogar ein bisschen per Kurven. Hallo, Fast. Alter, da ist viel zu viel gerade Strecke. Da überhole ich ja jeden. Schade, dass es da keine Passanten gibt, wirklich schade, ich hätte gerne ein paar überfahren, auf Chili. Es war jetzt Arsch, es war jetzt komplett Arsch, bevor er auf den Turbo-Modus ausgelegt, so volle Wäsche. Ich wollte immer schneller und schneller, und da habe ich das überhaupt nicht errissen. Ist sonst gut, gerade Strecken, da braucht man. So ein bisschen noch so hin und her, aber das ist eh nichts. Jetzt haben wir es eh schon wieder. So, da zeig ich her, 33 Prozent, tschüss. Das erste Runde ist fertig. Und, warte, den habe ich ein bisschen aus dem Gleichgewicht, alter. Ey, bitte. Das Gleichgewicht kann man vergessen. Ha! Voll scheine Gastel. Ja, Piesel, ein paar Sachen müssen wir ja auch hinnehmen, oder? Das macht ja keinen Reiz. Das macht ja keinen Spaß. Und, frag mich nur wann der Kilometer wieder fällig ist. Ich kann dann einmal sagen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ja, 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 der Kilometer wird immer mehr. Ja, ja, wir haben den Kilometer dringend. Oder Holbert. Sag mal Holbert. Ja, 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 jetzt ist ja, Alter, was ist halt los, oder? Was ist jetzt mit dem Losers? Einmal eine Kastelt, oder was? Ein Jahr, wir sind ja schon die 6 Prozent, da werden sie auch noch langsamer. Da verlieren sie plötzlich alle ihr Tempo. Das ist ein ordentliches weites Stückchen, bis man mich überholen könnte. Damit sind wir einkasseln, die kommen rein. Wir wollten Stimme und heimlich welche mitnehmen. Hoppala. Hat nicht so gut gelacht. 1 und 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 und wieder mal eink. Perfekt. So, dann haben wir alles wieder erledigt. Schauen wir mal, wie wir schauen das Preisgeld mal wieder aus. Ja, perfekt. 50.000, das ist schön. Das ist ein schönes Ding. Ah, das ist nicht einmal bei 90. Super, da war nicht einmal bei 80. Super. Ein bisschen trauig aber war. Würde ich mal sagen. Kaufen. 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 Schauen wir mal, wo es draußen ist. Schauen wir mal, wo es man sich kaufen oder ob man sich überhaupt was kaufen oder ob man sich dann da noch für irgendwas... Und was entscheiden? Gehen wir weiter nach vor, gell? Ja. Ja. Definitiv. Ein bisschen. Nuemer ein bisschen, noch etwas, noch etwas... Noch etwas, noch etwas, noch etwas, noch etwas... Jetzt... Alter. 36. Mhmm. Mmodernyndal Vacaviren. Bewertung der oder sogar tuning Bewertung aber offroad gibt es einmal in der nächsten Zeit mal nix okay das ist eine Menüren aber den könnten vielleicht auf offroad umhauen 218 137 sie das ist eigentlich das Sternchen da das würde mir ein bissel interessieren was ist das für ein Zeichen aber also wurscht probieren wir das einmal kauf wir das ja das kaufen wir der teleportation mit nah don't don't freund als sonst wiki nur offroad 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 aber müssen wir wieder an das fahrzeug wirklich viel stärker machen weil meins geht einmal nicht meins ist nicht dafür geschaffen wir schauen wie